Na du hübsch, wie schauts aus bei dir da drin? Haben die Wurmis geschmeckt? Alles gut, ja. So, pass mal auf. Der Bauer war nett und hat gemäht. Warte, hier müssen wir jetzt mal das Ding drunter legen. Machen wir es dir mal noch ein bisschen kuscheliger, ne? Den drunter legen klappt hier grad nicht so. Guck mal, so ein Handtuch ist ja bestimmt nicht ganz so in deinem Sinne. Jetzt ein bisschen Zölz haben. Warte, ich komm gleich noch mal. Wuckel kannst du da machen. Achtung, kommt noch mal. So, ist fein, ne? Das ist ein bisschen mehr in deinem Sinne als so ein Handtuch, ja? Ein bisschen schattig hier bei dir drin. Wo bist du denn eigentlich? Da bist du. So, und du? Jetzt sitzt du da. Und guckst mit deinem einen Guckauge. Erzähl mir nicht, dass du auch ein Blindfisch bist. Hm? Du erzählst erstmal gar nichts, ne? Ja, würde ich auch nicht machen. Mit Fremden spricht man auch nicht. Gut. Dann bist du jetzt schön aufgewärmt. Hast Wurmi im Bauch. Dann mach ich jetzt erstmal wieder zu und du ruhst dich aus, ne? Okay, das ist wieder. Okay, das ist wieder.